Jetzt geht's los, der Gegner ist ein Rechtsausleger, viele Kicks und Kerem hat die Hände auch nicht weit oben, was er wirklich gut macht, er bringt immer die Rechte sehr sehr gut und auch den rechten Kick zum Körper und jetzt, jetzt wird man sehen, Kerem nimmt Maß, Kerem nimmt Maß, einen Schritt zurück und die Rechte voll in den Angriff, also man muss sagen.